moin moin und herzlich willkommen zurück zu enderal ja wir hatten mal fast zum gruß wir hatten jetzt in der letzten folge eine heftige schlacht gehabt um um das tor hier von arg hier sind die quartiere wo sind dann gefängnis wahrscheinlich da die sind alle irgendwie verletzt um so ihr seid die kommandanten der gare richtig er sagt nicht etwas jung dafür seid ihr nicht etwas zu jung dafür irgendeine prophetin zu sein mein vater hat mir mit sechs jahren das erste mal ein holzschwert in die hand gedrückt und mit 13 war ich rekrutin bei der gare und musste mich gegen gleichaltrige burschen behaupten die meinten mädchen hätten beim militär nichts zu suchen mit 20 wurde ich zur wachtmeisterin erhoben und mit 28 zur kommandantin nachdem mein trupp und ich ein angriff der skarag auf das west tor eigenhändig abgehalten haben also nein ich glaube ich bin nicht so jung dafür weges treue und disziplin sind an kein alter gebunden genauso wie prophet zu sein kurz vor dem tod kann genauso einfältig sein wie ein bursche mit zwölf wintern das hat loram wasserklinge schon gesagt wer ist dieser loram wasserklinge jums hat ein paar der stadt und in der gewidmet richtig gut erkannt ja loram wasserklinge war ein hüter einer der besten und einer der nobelsten er war zwar nur schaffendem fahr des geboren aber seine hingabe zum fahrt und zumal fahrs war so außergewöhnlich dass der damalige großmeister deil kapos ihm das novitiate gewährte sein name kommt jedenfalls daher dass er sowohl die taunmaturgie als auch den elementarismus perfekt einzusetzen wusste und gleichzeitig eine menge vom schwertkampf verstand das war damals ungewöhnlich entweder man war kann ist oder hüter was ist aus ihm geworden er ist gefallen in der schlacht im düsterwald in der blutmondrevolte ein großer verlust für dieses land und seine geschichte aber sein erbe ist geblieben gedanke leo oder ich wollte jetzt aber auch nicht unhöflich klingen oder so ich war nur neugierig wo muss ich hin nach oben ist er diese statu so ich will hier dann und süter noch einmal warum hast du pegast getötet ich habe sie nicht getötet wie oft wollt ihr es noch hören die prophetin hat ein fläschchen glimmerkappen staub in der nähe ihrer leiche gefunden wie erklärst du das vielleicht damit dass es außer mir noch tausend andere schnupfer in dieser stadt gibt verflucht noch mal ja ich habe koarek die lage unserer außenposten verraten aber mit dem tod dieser frau habe ich nichts zu tun dann sag uns wenigstens wenn er außer dir noch gekauft hat wer die söldner in aldra schengrad geschickt hat ich weiß es nicht und selbst wenn ich es wüsste würde ich es nicht sagen weißt du warum weil dieser krieg wahnsinn ist herr lohr er ist wahnsinn er ist unnötig und du bist zu verblendet um es zu sehen ich bin verblendet wer von uns beiden ist bitte schön der verräter wer von uns hat den tod von über 100 männern und frauen zu verantworten bleiben wir beim thema anschuldigungen führen uns nirgendwo hin ein rechtes wort aus deinem mund natara bravo schade dass sich deine weisheit in worten erschöpft warst du früher nicht immer die entschlosseste von uns drei jahrzehnte hast du dieses land geführt und nie hast du schwäche gezeigt aber kaum kommt der große tod geglaubte tealor aranteal bist du plötzlich nur noch am katzbuckeln warum natara glaubst du mittlerweile wirklich auch dass uns dieser haufen altmetall da draußen retten kann oder druckst du nur weil tealor dir damals das bett gewärmt hat du machst es nur noch schlimmer du ich das ihr seid doch so unendlich dumm und verblendet alle beide erkennt ihr denn nicht was für ein narkoareg wirklich ist seine verflucht noch mal einzige bedingung für den frieden war dass wir aufhören irgend eine alte maschine wieder aufzubauen was hätte uns das gekostet nichts aber nein tealor dir ist dieses hirngespinst von zyklen und hohen wichtiger als alles als alles verdammt sogar als dein eigenes volk hirngespinst du glaubst also allen ernstes dass die bedrohung nicht real ist nach allem was passiert ist ich weiß es nicht verdammt ich bin kriege kein gelehrter was ich weiß ist dass wir diesen krieg nur verlieren können und dass für jeden tag den wir ihn führen hundert neue gräber geschaufelt werden müssen hier sind wir sicher aber was ist mit den dörfern den bauern versteh mich nicht falsch tealor ich weiß was ich getan habe aber manchmal ist ein schneller schnitt eben besser als ein langsames ausbluten koarek hätte die stadt eingenommen und wir hätten uns ergeben vielleicht hätte er gnade gezeigt zumindest gegenüber dem gemeinen volk aber diese hoffnung können wir jetzt vergessen nein dir ging es nicht um das land oder um die leute worum es dir ging ist deine eigene haut nicht mehr und nicht weniger und ja joaik vielleicht stimmt das was du sagst vielleicht ist der kampf aussichtslos aber das bedeutet nicht dass ich aufgeben werde weil ich etwas habe das dir fremd ist prinzipien die hast du nämlich nicht du hast nichts außer deiner schnapsflasche und einem verdammten staub du bist ein grauer mann ohne talente und der einzige grund dass du hier bist und nicht in den gossen der unterstadt ist deine herkunft und jetzt sind hunderte tot einzig und allein wegen deiner feigheit glaubt nicht dass ich das um unserer freundschaft willen akzeptieren werde ich zähle jetzt bis drei wer noch eins na bist du nicht ein harter mann Theolor zwei es war das richtige irgendwann wirst du das begreifen und dann wirst du dich dafür schämen was du mir eben an zwei drei die hallo gehen wir ja da gibt es keinen anderen weg dahin ich kann da nicht rein okay ähm okay ähm geht weiter ach halt die klappe naja Kuarek hat äh auf jeden Fall was Religion und so weiter angeht definitiv recht so ähm da sind unnötig viele Menschen einfach gestorben wegen missverstanden im Glauben und so weiter weil jede Religion glaubt äh seine ist die einzige die richtige und so ob es einen Gott gibt oder Götter oder so weiter weiß ich nicht da bin ich nicht in der Position das zu beurteilen ach halt die klappe ja schreitet wohl so äh hier ist mein Quartier oder so aber so aber trotzdem äh trotzdem wir haben die äh Botschaft der äh der Hohn immer wieder Kontakt zu denen und so ach schon wieder so spät es wird auch solche geben die ganz und gar von ihrem Vater brechen was passiert jetzt oh ich muss mit Fatih sprechen er hat mir etwas wichtiges zu sagen und wieder diese Musik und wieder diese Musik wir sind wieder bei Fatih Fatih er sieht immer mehr und mehr verbrannt aus na sieh mal einer an der da kommt und mein Kind ich weiß nicht dass du es immer noch nicht gefunden hast du denkst du weißt was du tust aber in Wahrheit irrst du immer noch im Dunkeln wie all die anderen auch leider das ist nicht wahr wir haben die Fackeln und ich habe das Feuer gefunden ja das ist es was du glaubst aber wäre es doch so einfach die Wahrheit zu erkennen zu begreifen wenn du zwischen all deinen Heldentaten eines nicht verlernt hättest nämlich zuzuhören komm lass mich dir zeigen was ich meine zuzuhören zuzuhören also zuhören habe ich nicht verlernt mir nur das merken habe ich verlernt Puh so komm mein Kind setz dich setz dich und lass uns der Stille lauschen Warum, Liebling? Warum lügst du? Du weißt doch, dass Lügen eine Sünde ist. Und du weißt auch, in welche Position mich das bringt. Was willst du denn noch hören? Es ist unseres. Deines. Meines. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Du machst mich sehr, sehr unglücklich. Ein letztes Mal. Von wem ist das Kind? Oh Herr, ist das der Lohn für meine Frommheit? All die Jahre habe ich mich aufgeopfert für diese Familie. Ich habe geschuftet, meine Träume vergraben. Und alles nur, damit sie ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch hat. Und nun? Nun betrügt mich mein eigenes Weib und trägt eine fremde Frucht im Bauch. Aber nein, das ist nicht genug. Sie verweigert mir die Wahrheit. Mir! Ihrem eigenen Mann! Was soll ich tun, Herr? Sag es mir! Was soll ich tun? Natürlich. Natürlich, Herr. Ihr habt recht. Der Schöpfer hat zu mir gesprochen, Liebling. Ein Kind, das aus körperlicher Sünde entstanden ist, ist befleckt. Und deshalb werden wir es ertränken. Ja, so machen wir es. Sobald es draußen ist, kommt es in den Trog. Du bist ein Monster. Du bist ein verdammtes Monster. Wie bitte? Nein, ich... Ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, was mich sehr unglücklich machen würde. Aber leider habe ich es nicht verstanden. Sei doch so gut. Und sag es noch einmal. Was ist? Ich kann dich nicht hören, Liebling! Ich kann dich nicht hören! Und, mein Kind, wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Wie fühlt es sich an, zusehen zu müssen und nichts tun zu können? Sorry. Hier ist gerade die Sprache ein bisschen verschlagen. Ich konnte nichts tun. Ich konnte es noch nie. Nein. Und jetzt kannst du es, nicht wahr? Aber uns bleibt keine Zeit mehr, mein Dummerchen. Ich muss nun gehen. Für immer. Ach, bitte bleib weg. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Und ich brauche endlich wieder Fleisch. Blutiges, verbrandes Fleisch. Leb wohl. Kann ich aufstehen? Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nichts machen. Das ist wirklich ein Monster gewesen. Beim weißen Eremiten. Was ist denn los mit dir? Was? Jesper? Das läuft, weil wir, wir müssen das entzünden. Was? Aber, das werden wir doch. Wir haben die Steine. Und wir werden die Hohen damit bannen. Ganz egal, was dieser Korrek dagegen zu unternehmen versucht. Und jetzt beruhige dich erst mal. Es ist schon gut. Was ist passiert? Warum bist du hier? Weil. Hör her. Das in der Silberwolke. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Die ganze letzte Zeit war fordernd. Ich sag's mal so. Und es ist einiges passiert, das mich ein paar Dinge hat hinterfragen lassen. Und die Sache mit Adila. Die war einfach der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Worauf ich hinaus will. Ich hab da unten viel Mist gesagt, den du nicht verdient hast abzubekommen. Also nochmal. Es tut mir leid. Stimmt es denn, was du dort gesagt hast? Dass du mich für ein paar Brotstern Korrek verraten hättest? Ach Quatsch. Bitte, lass uns das nicht unnötig ausbreiten. In Ordnung? Ich kann sagen, schon in Ordnung. Ganz ehrlich. Eigentlich sind mir deinen Launen egal. Deine eigene Schwester wollte dich umbringen. Ich glaube, das rechtfertigt eine ganze Menge. Wie geht es dir denn jetzt? Nach dieser Aktion von mir fragst du mich, wie es mir geht? Eines muss ich dir lassen. Du hörst nie auf, mich zu überraschen. Ja. Aber, hm. Wie geht es mir? Gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich das mit Adila auch nur ansatzweise begriffen, geschweige denn, verarbeitet habe. Derzeit versuche ich einfach nur nach vorne zu denken. Für Selbstvorwürfe. Und sie werden kommen. Bleibt mir, nachdem wir diese Stahldingster entzündet haben, immer noch genug Zeit. Aber wie dem auch sei, Scharim und der Erzmagister wollten dich sehen. Es geht um den Numinos. Am besten du gehst zu ihnen, sobald du kannst. Gut. Sind sie im Chronikum? Ja, so wie immer. Ach, und eines noch, bevor du gehst. Kalia, das traurige Mädel. Was empfindest du für sie? Äh. Das kann ich noch nicht sagen. Verstehe. Danke für deine Ehrlichkeit. Wir sehen uns dann später, ja? Hat er... Du siehst nämlich ziemlich mitgenommen aus. Hat er Interesse an uns? Oh, warte mal. So. Am media. Am media. Ich würde lieber gerne die ganze Zeit der Musik zu hören. Aber ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, auch wie die Story hier weitergeht, weil... Mit dem Numinos und so. Wie ist das? Enya. Oder Enya. So. Chronikum. Für mich klingt das, als riskieren wir eine ganze Menge für so etwas wie den Hauch einer Chance. Ich weiß nicht, ob das unbedingt klug ist. Keine Chance ist besser als eine, so sagt man doch so schön. Und ihr solltet noch mit dem Großmeister sprechen. Er ließ nach euch rufen. Ließ er das? Wie schön. Dann werde ich mal meinen heiligen Pflichten nachkommen. Schreitet wohl, Erzmagister. Ah, Prophetin. Hättet ihr später vielleicht noch einen Moment für mich? Da seid ihr. Okay. Und habt ihr euch gut erholt? Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen so lang schlafen sehen. Wie lange habe ich denn geschlafen? Ich habe es gebraucht. Wie ist die Lage? Den Umständen entsprechend. Die Trochessa hat die Hälfte unserer Arkanisten für die Stärkung des Torsiegels eingeteilt. Was die Arbeit an dem Leuchtfeuer natürlich schwerer macht. Und darüber hinaus sind sowohl die Träume schlimmer geworden, als auch, dass uns immer mehr Berichte über Fälle von rotem Wahnsinn erreichen. Tragisch ist das. Wirklich tragisch. Mehr Fälle des roten Wahnsinns? Ja. Bürger und Bürgerinnen verschwinden aus der Stadt und werden von unseren Kundschaftlern halb verhungernd und deliröses Zeugreden in der Wildnis wiedergefunden. Und das ist nicht alles. Sie sind extrem gewaltbereit. Achtet auf euch, wenn ihr unterwegs seid. Wirklich. Meint ihr die hohen Gewinnen an Macht? Ja, zweifelsohne. Mit dem Beginn des Krieges hat sich alles noch einmal um ein Vielfaches verschlimmert. Fast als würde das Chaos den hohen Kraft geben. Ich weiß es nicht. Wie geht es mit dem Leuchtfeuer voran? Mir wurde gesagt, ihr habt eine Fährte zu diesem Nominus gefunden. Naja, sagen wir, wir haben eine Fährte zu einem Ort, wo wir Hinweise finden könnten. Aber am besten ich beginne die Geschichte von vorn. Während ihr geschlafen habt, hat jemand versucht, in das Lager der Kaserne einzubrechen. Ein Sternling namens Kurmai. Sternlinge existieren? Kurmai? Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe ihm vor einiger Zeit mal einen Gefallen getan. Tatsächlich? Dann vertraut er euch vielleicht sogar. Das ist gut. Wirklich gut. Und was war der Grund für den Einbruch? Tja, haltet euch fest. Er sagte, dass er nach Schattenstall gesucht hat. Und zwar, weil er seit Jahrzehnten an einem Luftschiff baut, mit dem er die vergessene Heimat der Sternlinge finden will. Vergessene Heimat? Ja, habt ihr noch nie davon gehört? Die Sternlinge glauben, dass ihre Urväter und Mütter an einem vergessenen Ort in den Sternen geboren wurden. Es soll ein Ort sein, wo es keinen Krieg oder Hunger gibt und wo alle in perfekter Harmonie zusammenleben. All die Technologie, alle Maschinen, die wir den Sternlingen verdanken, wurde ursprünglich entwickelt, um sie zu diesem Ort zu bringen. Hat etwas Nostalgisches, wirklich. Aber leider sind auch schon sehr viele Sternlinge auf dieser Suche gestorben, weil ihre Luftschiffe abgestürzt oder verschollen sind. Und gefunden hat die Stadt noch keiner von ihnen. Komai aber behauptet, dass er es könnte. Aha. Aber was hat das mit dem Numinos zu tun? Dazu wollte ich gerade kommen. Wir alle hielten ihn natürlich erst mal für verrückt. Als die Gare ihn verhaftete, hat er gefläht und gebettelt. Er dürfe nicht scheitern, er sei so kurz davor. Im Gegensatz zu den anderen hat der Großmeister ihm zugehört. Und anschließend die Außenposten in Dünenhain kontaktieren lassen, um die Höhle ausfindig zu machen, in der der Sternling das Schiff angeblich gebaut hat. Tja, und die haben zwei Dinge festgestellt. Erstens, das Schiff existiert wirklich. Und zweitens, die alten Pläne, nach denen er es zum Teil konstruiert hat, ähneln denen des Leuchtfeuers. Sie ähneln ihnen? Dann haben die Ursternlinge ursprünglich das Leuchtfeuer erworfen? Das oder jemand, dessen Pläne schon die Ursternlinge für den Bau der Sternenstadt verwendet hatten. Egal wie man es aber rollt, es heißt aber vor allem eines. Die Ursternlinge wussten von dem Leuchtfeuer. Und damit von dem Zyklus, den Hohn und der Läuterung. Und ihr meint, sie könnten wissen, was da nun los ist und wo wir ihn finden könnten? In anderen Worten, unser Ziel ist es, das Luftschiff gangbar zu machen, zur Sternenstadt zu fliegen und mit Hilfe ihrer Bewohner den Numinos zu finden. In Ordnung, wie gehen wir vor? Je mehr wir uns mit dem Leuchtfeuer auseinandersetzen, umso faszinierender wird es. Es gibt noch viel zu lernen. Beeindruckende Waffe, die ihr da tragt. Die muss uralt sein. Äh, dankeschön. Zur Manufaktur des Sternenschiffs. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ähm. Teleport nach Dünenheim. Schreitet wohl. Hallo. Wieso? Nimmt die das Schwert raus. Ähm. Überleben die das? Die Hohen werden uns. Läuterung nicht aufhalten. Okay, ähm. Wo muss ich genau hin? Okay, ich muss raus aus der Stadt. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Kann das sein? Oder es geht nur hier raus? Wie spät haben wir es? 20 Uhr? Und dann noch so ein Sandsturm? Jetzt möchte ich aber, äh, das Luftschiff sehen. Okay, die Viecher sind wieder da. Ach, da ist noch einer. Okay, wir haben immer noch nicht, äh, genug, äh, also keine Änderungspunkte. Also, ich würde gerne wieder was verteilen. Irgendwo ist ein Eiterkäfer. Und wer ist das da? Und wer ist das da? Was? Wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Okay, immer mehr besessen, ne? Wäre ich von auch irgendwas angegriffen, ne? Überall alter Käfer-Eier. Ich höre aber auch die ganze Zeit irgendwo Chaurus-Käfer. Äh, Eiterkäfer. Da. Noch einer in der Nähe? Ne. Aber wir müssen jetzt was essen. Ähm. Russenrot. Aliguria. So, noch 1160 Punkte. Was war das? Trangmischer Rucksack? Wie die Leute hier verbrannt wurden. Ja, die Knochen reißen ab. Immer schön gegen die zu kämpfen. Noch einer in der Nähe? Ich hoffe nicht. Ist das richtig hier? Noch ein Besessener? Ja. Der hat wenigstens ein Nere-Besen getötet. Ich glaube, da vorne ist noch ein Besessener. Welche Verbrechen habe ich jetzt begonnen? Von was sind die denn besessen? Auch vom Roten Wahnsinn? Ein mittleren Rucksack hat die? Okay. Und die? Was machen hier so viele Besessene? Alte Pulverhöhle. Von was sind die besessen? Also, wirklich Roten Wahnsinn? Na, mein Kleider? Prophetin, gut, dass ihr hier seid. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sternling ist an Bord des Schiffes. Okay. Ahoi. Ahoi. Was machen Matrosen hier? Schreitet wohl. Schreitet wohl. Alter. Luftschiff, also richtiges Luftschiff. Den habe ich zwar schon im Trailer gesehen gehabt, den ich extra für die Endcard ja geschnitten habe, aber so selber richtig mal, den zu sehen, habe ich die ganze Zeit nur gewartet. Na ja, aber ganz alleine kann er das doch nicht gebaut haben. Schau dich doch mal um. Das ist doch unglaublich. Stimmt schon. Aber diese Stahlspinnen scheinen ihn dabei kräftig unter die Arme gegriffen zu haben. Mit genügend davon könnte er vermutlich sogar den Sonnentempel nachbauen. Besser wäre es, er würde seine Maschinen dazu verwenden, uns diese merimesischen Fanatiker vom Leib zu halten. In das Siegel eines merimesischen Sinustropen zu vertrauen, halte ich für etwas naiv. Bisher hat es gehalten. Bisher, sicher. Aber wenn die Entropie eines ist, dann unberechenbar. Fünf von zehn Studenten der Sinistra sehen keine 30 Winter. Naja, hoffen wir einfach, dass der Großmeister weiß, was er tut. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. So, was ist das? Noch ein Arbeiter, der oben ohne rumläuft? Noch ein Matrose? Noch ein Arkanist? Was? Nichts? Wer bist du? Noch ein nerimesischer Magier? Ah, ihr. Uns wurde gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr stammt doch aus Nerim, oder? Ja, warum? Ach, nur aus Interesse. Die Sternlinge aus Anku dort haben angeblich auch ein ähnliches Schiff gebaut. Wusstet ihr das? Ich bin gespannt, ob sie es tatsächlich damit in den Himmel geschafft haben. Faszinierende Technologie ist das wirklich. Wenn Lishari das nur sehen könnte. Ja, ich vermisse Lishari auf. Das nehme ich mal mit. Schleifstein benutzen? Kann ich mein Schwert ihm nochmal verbessern? Okay, der ist schon verbessert genug. Mehr kann ich nicht machen. Und jetzt bring ihm ein neues, und zwar zackig. Alle denselben Feind. So, so. Ihr seid also die, von der alle sprechen. Kurmai Katsa or Tata Kayate. Gesundheit. Ich wollte schon sagen, den... Äh, danke. Mir wurde gesagt, ihr braucht Hilfe bei der Verfolgung eures Schiffes? Materialien, keine Hilfe. Um ehrlich zu sein, hat er mit all den Grobianen, die jetzt an Gertrude herumhämmern, eher Angst, als dass er sich geholfen fühlt. Gertrude? Ja, so hat er sie getauft. Ein Name, der sowohl Eleganz als auch Würde symbolisiert. Findet ihr nicht auch? Auf ihren Armen werden wir zu den Urvätern fliegen. Verstehe, aber sobald Gertrude flugbereit ist, werdet ihr uns auf die Expedition mitnehmen, richtig? Das war der Handel, ja. Auch wenn er sich fragt, was ihr dort oben zu finden erhofft. Aber genug der Worte. Es heißt, ihr seid überaus fähig, wenn es darum geht, Dinge zu beschaffen. Noch zwei Dinge fehlen, um Gertrude zu vollenden. Sakabaku-Kupferligierungen und ein pyräischer Kristallwürfel. Bringt es ihm, je schneller, desto besser. Verstehe, und wo soll ich diese Sachen finden? Tja, das ist die Herausforderung. Die Legierungen könntet ihr vielleicht in einer der alten Sternlingsminen in der Pulverwüste finden. Der Kristallwürfel wird schon etwas komplizierter. Aber meinen Informationen zufolge habt ihr in Talgard gute Chancen. Es gab damals bei der Erschließung einen Sternlingstüftler, der nahe mit Dalmarag zusammengearbeitet hat. Hier, ich zeichne euch die beiden Orte auf der Karte ein. Sterbt bitte nicht. Das wäre höchst unerfreulich. Ah, und hier, einer der Arkanisten war so freundlich, eine Teleport-Rune in der Höhle anzubringen. Mit der Rolle könnt ihr, wenn ihr beides gefunden habt, wieder hierher zurückkehren. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Es gibt viel zu tun. Saka Baku, Kupferlegierung und Empyreisen Kristallwürfel. Kurmei, Katza Ortaka. Kenne ich ihn? Darf ich vorbei? Danke. Kann ich die auch runterlotsen, dass die runterfallen? Die bleiben hier oben. Okay. Ja, ich bin die Prophetin. Kenne ich ihn? Bin ich denen schon mal begegnet? Ich kann mich nicht an ihn erinnern. Und ich habe gesagt gehabt, ich habe ihn mal ausprobiert. Oder kannte ich nur seinen Namen. Kurmei, der Name kam mir auf jeden Fall bekannt vor. War er persönlich schon mal begegnet? Weiß ich nicht. Okay. 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 Das ist schon manchmal aufgekert. ich glaube weiter runter geht es nicht außer ich springe ich muss da irgendwie rankommen aber ich weiß nicht ob ich hier wieder aufkommen doch es gibt einen weg runter okay den man auch überlebt 29 von 100 ja wir haben fast ein drittel geschafft ich gucke mal ob es hier noch was gibt irgendwas was versteckt ist außer grund umherz wo war nochmal der weg nach oben wo geht es da wo geht es hier hoch wo geht es hier raus doch da und jetzt müssen wir nach teil grad und in der pulverwüste noch ein bisschen was suchen aber wir haben noch so viele andere quests wir tropfen in einem meer blut und staub wir sind ja jetzt in der lage die sachen mit vier sternen schon zu machen mythen und legenden da fehlen uns noch ein paar die herren der verstoßenen manfreds vermächtnis aurora ein trank der kosmischen winde brauen eine neue haustie für aurora beschreibt das müssen wir auch noch machen das fragt am morgentauf hin und nach hinweisen auf taras verbleib ich aktiviere das wieder mal spuren im sand wir sind ja in der pulverwüste können wir hier auch ein paar sachen auch noch aufsuchen wie spät haben wir es 12 uhr morgens also müsste jetzt draußen hell sein ach das ist mitternacht ja gut prophetin gut dass ihr hier seid folgt einfach den gang hinunter der sternling ist an bord des schiffes so gibt es wieder besessene hier so das fragt am morgentauf hin und nach hinweisen auf taras verbleib untersuchen ähm moment da ist ein murade da ist ein murade was macht hier ein stoffenreißer schweizer murade ähm das sind drache schwarzer murade was was renn glitscht er durch den boden ich bin gleich am arsch wenn ich es nicht rechtzeitig dahin schaffe Hilfe! So, jetzt eben ein Krustenbruch können. Oder auch zwei. Geht vielleicht schneller? Einfach mal gegen zwei Knochenreißer und einen schwarzen Myral. Und das trotz der Kriege. Diese Chilenen haben Mut. Das muss man ihnen lassen. Ich gehe mal kurz wieder raus. Okay, die sind gleich hier vorne. Was ist denn mit dem? Okay, der ist schon mal hinüber. Ich investiere in Lebensanergie. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und vielleicht speichere ich ihn noch einmal. Was ist jetzt mit dem schwarzen Myraden? Ja, du kannst herkommen. Nochmal speichern. Wo ist der hin? Ja, jetzt kommt. Ich will hier. Eisen Claymore. Seelenstein. Magdloser Kranatstein. Bei was brauche ich nicht? Eisbranke nehme ich mit. Eichenbogen. Lederschuhe. Also Teile. Und die beiden? Ja, hier ist noch eine. Hier. Die Burg. Kennen wir ja. 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 Aber wo ist der schwarze Myraden hin? Und noch eine Eisbranke. Gucken wir mal, ob ich auf diesen Turm hier hin kann. Okay, auf dem Turm gibt es nichts. Können wir nicht hin. Ist der Ort hier zumindest markiert? Nein. Hier ist nichts markiert. Ich wüsste jetzt aber zugehören, wo der schwarze Myraden hin ist. Was ist das hier eigentlich für ein Symbol? Und Steindünen entdeckt. Ja. Ja. Hier geblieben. Das ist nichts wie dieses Schlag. Das ist nichts. Bis bald ist09, wie es so sein. Das ist nicht. Bis bald. Bis bald. Görlich. Bis bald. Gut. Bis bald. Bis bald. So. Der ist hinüber. Steck ich Waffel wieder rein. Muss wieder Krustenbruder essen. Und die Eisbranken. Kann es sein, dass die Dinger hier Mondsteine sind? Den Weg bin ich noch nie gegangen. Oder bin ich hier immer so gegangen, dass das hier nie eingedingst wurde? Oh. Alte Stellingskraft. Hier müssen wir rein. Oh nein. Ich weiß, wo wir sind. Na doch nicht. Okay, ich dachte, dass er da, wo der eine untot ist. Aber ja, okay, die Spinnen sind wieder da. Okay. No, okay. Ja, sí. Okay. Okay. Dahinten ist noch einer Hey mein kleiner Zdo Na Warte mal, gibt's hier irgendwie wieder die EMR zur Rüstung? Also, Schattenstahl Rüstung. So. Schimmernde Legierung. Eins. Zwo. Drei. Vier. Und da ist die fünfte. Ja, haben wir jetzt. Da ist der Hebel. Ah ne, der Weg war der umständliche. Nur ein Steinerz. So. Können wir ja jetzt gehen. Ich hatte jetzt aber wirklich gedacht, hier, das wäre das, wo der eine Overpowered ist. So, aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's. ушig. Ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020